Ich darf euch heute präsentieren den Ludus Gladiatoris Berolimensis, hier ist Zeichens Gladiatoren, Darstellung des ersten, zweiten Jahrhunderts nach Christus als Vollkontaktkampfsport. Das heißt, die Kämpfe, die ihr gleich seht, sind nicht gestellt, sind nicht geprobt, sondern finden live statt. Im ersten Kampf werden die beiden Trags gegeneinander kämpfen, in dem Fall Architeutes und Melian.